Argon Balance Einfach ganz leben Andreas Schwarz Higher Mind Die Gesetze des Bewusstseins Wie das Universum beginnt, für dich zu arbeiten Gelesen vom Autor und Herbert Schäfer Einführung Die Schöpferkraft ist in dir Die Schöpfungsgeschichte ist seit jeher ein ungelöstes Rätsel der Menschheit. Wir versuchen uns durch religiöse Vorstellungen und modernste Urknallforschungen in der Physik ein Bild davon zu machen, woher wir Menschen stammen und warum es das Leben überhaupt gibt. Hier in der westlichen Welt lehren die meisten Religionen, dass Gott das Leben in sieben Tagen schuf. Gott soll auch Adam und Eva als erste Menschen erschaffen haben, die im ewigen Paradies vereint mit der Natur lebten. Diese Vorstellung wurde heute durch die Evolutionstheorie abgelöst. Doch meines Erachtens ist in dieser Schöpfungsgeschichte eine große Weisheit verborgen, wenn man sie metaphorisch betrachtet. Als Adam und Eva noch im Paradies lebten, kannten sie keine Scham oder Angst und hatten keine Zukunftssorgen. Sie lebten im Einklang mit der Natur und hinterfragten nichts. Es gab weder Gutes noch Schlechtes, sondern nur die bedingungslose Liebe zu ihrem Paradies. Man könnte meinen, sie waren erleuchtete Wesen, die vollkommen mit ihrer Seinsnatur verbunden waren. Sie waren Teil des Ewigen. Sie standen immer mit der Stimme Gottes in Verbindung, weshalb sie jederzeit genügend Nahrung hatten und sich keine Sorgen um ihr Leben machen mussten. Gott erlaubte ihnen alles, doch untersagte er ihnen, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen. Lange Zeit lebten sie in diesem paradiesischen Zustand, bis eine Schlange zu Eva sprach und sie dazu verleitete, von der verbotenen Frucht zu kosten. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Eva ließ dieser Gedanke nicht mehr los und sie konnte der Versuchung nicht widerstehen. Adam und Eva aßen schließlich von der Frucht und begannen seither in Gut und Schlecht zu denken. Sie begannen sich zu schämen, hatten plötzlich Angst vor Gottes Zorn und wurden von Sorgen verfolgt, da sie für ihr Essen nun arbeiten mussten. Sie wurden dadurch aus dem Paradies verbannt. In der Bibel steht nichts weiteres dazu geschrieben, doch ich interpretiere diese Geschichte folgendermaßen. Der Mensch lebte im Paradies und war mit der inneren göttlichen Stimme verbunden. Seine Gedanken waren klar und präzise. Als Eva zuließ, von der verbotenen Frucht zu essen, gab sie ihre Macht über sich an ihre Gedanken ab. Sie begann sich als ihre Gedanken selbst zu identifizieren. So geschah es, dass sich die Gedanken im Menschen verselbstständigten. Sie wurden durch die Verselbstständigung immer dominanter, manipulativer und vorherrschender, bis sie den Ruf ihrer inneren gottverbundenen Stimme nicht mehr wahrnehmen konnten. Der Mensch verlor den Kontakt zum Bewusstsein und wurde unbewusst. Er vergaß durch die vielen lauten Gedanken, was seine wahre Seinsnatur ausmacht, und begann sich nach und nach von der Natur zu distanzieren. Wenn wir mal ehrlich sind, trifft das auch auf die heutige Menschheit ganz gut zu. Unsere Intelligenz ist uns, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Kopf gestiegen. Wir denken viel zu viel und fühlen viel zu wenig. Anstatt auf unser Herz zu hören, lauschen wir diesen wirren Gedanken in unserem Kopf, die uns einzureden versuchen, dass wir dies oder jenes brauchten, um glücklich zu sein. Sie verleiten uns dazu, uns mit anderen zu vergleichen, immer mehr Besitztümer haben zu wollen oder höheres Ansehen zu genießen als andere. Der Verstand hat uns dazu gebracht, dass wir pausenlos versuchen, unser wahres Leben zu erinnern. Der Verstand hat uns dazu gebracht, dass wir pausenlos versuchen,